Es ist die Nachricht, auf die viele Fans seit langem gewartet haben, die Hochzeit von Beatrice Egli und Florian Silbereisen steht bevor, und das Publikum kann seine Vorfreude kaum zurückhalten. Das Traumpaar der Schlagerszene hat über Jahre hinweg für unzählige Spekulationen und Gerüchte gesorgt, doch jetzt scheint es endlich offiziell zu werden, die beiden Stars wollen sich das ja Wort geben. Aber wie so oft bei solchen Ereignissen gibt es auch in dieser Geschichte eine unerwartete Wendung, die die Zuschauer überrascht und das Märchen in ein dramatisches Licht rückt. Die Vorbereitungen für die Hochzeit laufen bereits auf Hochtouren. In Sieder berichten, dass das Paar plant, im kleinen Kreis in einem idyllischen Schloss in den Bayerischen Alpen zu heiraten. Es soll eine Feier im klassischen Stil werden, mit einer Mischung aus Romantik und Tradition. Doch während viele sich bereits auf das große Ereignis freuen, war der Weg zu diesem entscheidenden Moment alles andere als einfach. Florian Silbereisen und Beatrice Egli waren lange Zeit nur als Kollegen und Freunde bekannt. Ihre gemeinsame Bühnenpräsens und die spürbare Harmonie zwischen den beiden ließen jedoch schon früh Gerüchte aufkommen, dass da mehr sein könnte. Immer wieder wurden sie zusammengesehen, sei es bei privaten Treffen oder gemeinsamen Veranstaltungen. Doch sowohl Florian als auch Beatrice hielten sich mit öffentlichen Aussagen über ihr Privatleben zurück. Bis jetzt. In einem kürzlich geführten Interview ließ Florian die Bombe platzen, ja, es stimmt Beatrice und ich werden heiraten. Diese wenigen Worte reichten aus, und die gesamte Schlagerwelt in Aufruhr zu versetzen. Doch die Geschichte hinter dieser Ankündigung ist viel komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Die Beziehung der beiden Stars verlief nicht immer reibungslos. Wie Florian und Beatrice später zugaben, hatten sie in den letzten Jahren mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Es war nicht immer einfach, das Gleichgewicht zwischen unseren Karrieren und unserem Privatleben zu finden, erzählte Beatrice offen. Wir beide sind ständig unterwegs, haben volle Terminkalender und stehen unter immensem Druck. Da bleibt oft wenig Zeit für uns als Paar. Besonders schwierig wurde es, als die beiden vor etwa einem Jahr beschlossen, eine Beziehungspause einzulegen. Wir brauchten Zeit, und herauszufinden, ob wir wirklich füreinander bestimmt sind, gestand Florian. Es war eine harte Entscheidung, aber sie hat uns letztendlich geholfen, klarer zu sehen. In dieser Phase lebten Florian und Beatrice getrennt, konzentrierten sich auf ihre individuellen Projekte und versuchten, herauszufinden, was ihnen wirklich wichtig ist. Für die Öffentlichkeit blieb diese Krise weitgehend unbemerkt, doch hinter den Kulissen spielten sich emotionale Drammen ab. Beatrice gab zu, dass sie in dieser Zeit oft an ihrer Beziehung zweifelte. Es gab Momente, in denen ich dachte, dass es das Ende für uns ist, sagte sie ehrlich. Aber gleichzeitig wusste ich, dass wir eine besondere Verbindung haben, die es wert ist, darum zu kämpfen. Die Wende kam schließlich, als Florian und Beatrice sich auf einer gemeinsamen Veranstaltung wieder trafen. Es war, als hätten wir nie aufgehört, uns zu lieben, erinnert sich Florian. Wir spürten beide sofort, dass wir nicht aufgeben dürfen. Nach diesem Wiedersehen entschieden sie sich, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben und die Dinge diesmal anders anzugehen. Wir haben gelernt, dass Kommunikation und Vertrauen die Basis für eine stabile Beziehung sind, erklärte Beatrice. Doch selbst nach dieser Entscheidung war der Weg zur Hochzeit kein leichter. Es dauerte einige Zeit, bis die beiden bereit waren, den nächsten Schritt zu gehen. Wir wollten sicher sein, dass wir nicht nur aus romantischen Gefühlen heraushandeln, sondern auch, dass wir bereit sind, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, sagte Florian. Eine Ehe ist ein großer Schritt, und wir wollten uns sicher sein, dass wir ihn aus den richtigen Gründen gehen. Die Ankündigung der Hochzeit löste bei vielen Fans Begeisterung aus. In den sozialen Medien häuften sich die Glückwünsche und freudigen Reaktionen. Doch es gab auch kritische Stimmen, die Zweifel an der Entscheidung äußerten. Einige fragten sich, ob die beiden wirklich bereit für diesen Schritt sind, nachdem sie in der Vergangenheit so viele Schwierigkeiten hatten. Die größte Überraschung kam jedoch am Ende des Interviews, als Florian und Beatrice eine unerwartete Offenbarung machten. Wir möchten, dass alle wissen, dass wir diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben, sagte Florian, aber es gibt noch etwas, das wir verkünden möchten. Beatrice, die sichtlich nervös war, fügte hinzu, wir haben uns entschieden, unsere Hochzeit vorerst zu verschieben. Diese Aussage ließ viele Fans schockiert zurück. Hatten sie sich umentschieden, war es ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Beziehung nicht so stabil ist, wie sie scheint. Doch die Erklärung folgte sofort, wir haben gemerkt, dass wir uns zu sehr auf die Erwartungen anderer konzentriert haben, erklärte Florian. Wir möchten unsere Beziehung nicht unter dem Druck einer großen Feier beginnen, sondern auf unsere eigene Art und Weise. Statt einer pompösen Hochzeit planen die beiden nun eine intime Zeremonie, die nur im engsten Kreis stattfinden soll. Wir möchten, dass dieser Moment nur uns gehört, sagte Beatrice. Wir werden irgendwann eine große Feier für alle unsere Fans veranstalten, aber zuerst möchten wir diesen Schritt ganz privat und für uns selbst machen. Die Entscheidung, die Hochzeit zu verschieben, wurde nicht von allen Fans positiv aufgenommen. Einige waren enttäuscht, während andere das Paar für seine Ehrlichkeit lobten. Für Florian und Beatrice war es jedoch die richtige Wahl. Am Ende geht es nicht darum, was andere von uns erwarten, sagte Florian abschließend. Es geht darum, dass wir uns wohlfühlen und dass wir unsere Liebe auf die Weise feiern, die für uns richtig ist. Die Zukunft des Paares bleibt spannend. Werden sie ihre Pläne wirklich durchziehen, oder gibt es noch weitere Wendungen in ihrer Geschichte, eines ist sicher, Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind ein Paar, das sich durch Höhen und Tiefen gekämpft hat und nun bereit ist, gemeinsam in die Zukunft zu schauen, egal, was diese bereit hält.